Zeit, um real zu werden! Auf was hab ich denn Bock? Ich würde sagen... Ich hab ja zur Zeit eigentlich ganz gut Bock auf Versorger mit M27 und so, aber... Nehmen wir neben Versorger aber mit der RPK. RPK und M27 zocke ich zur Zeit so gerne. Die sind so pervers geil und haben halt schöne große Magazine. Sind natürlich im Nahkampf dann komplett verloren, also ich denke mal dann... In der Metro werde ich die Waffe wechseln. Aber hier draußen geht die schon klar. Und man hat Munition, so viel wie man will. Da haben wir schon den ersten. Wobei ich ehrlich gesagt erwartet hab, dass er schneller stirbt. So können wir schon erwarten. Komm, stirb man! Wieso stirbt der nicht? Scheiß Unterdrückungskack, Alter. Okay, der ist weg. Ah, der ist da noch irgendwo, also der ist ja nicht gestorben. So rechts seh ich niemanden. Ah, beide Headshots, nice. Ich hab grad so ein bisschen das Gefühl, ich hab ne gewisse Verzögerung dabei. Dass hier nicht alles so ankommt, wie ich das möchte. Aber wir sollen uns jetzt erstmal nicht davon abhalten, die alle zu ficken. Oh, oh, oh. Ist das ein Gegner? Das ist ein Gegner, oder? Ja, das war ein Gegner. So, wir pushen mal leicht nach vorne. Wobei hier grad... Wobei hier grad keiner von meinen Leuten ist. Oh, fuck da. Oh, fuck! Wo kommt der her? Fuck, 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 fuck. Wir müssen uns mal zurückziehen. Hier hab ich zu wenig Unterstützung. Da ist das eigentlich ein Freitod. Auch wenn unser Team grad relativ dominiert. Aber wenn ich hier komplett alleine bin, dann... hab ich auch gegen schlechte Spieler keine Chance. Oh, oh, oh. Ich komm hier die ganze Zeit zu spät, hab ich das Gefühl. Schön auf den Schädel gezogen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Was hab ich denn eigentlich als... Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann hauen wir doch mal hier eins dahinter. Und verziehen uns erstmal. Oh, 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 oh. Granate. Ah, stimmt. Ich wollt grad sagen, ey, mir geht die Munition aus. Aber ich hab ja selber... ein Päckchen dabei, um das immer wieder aufzufüllen. So, wie sieht's hier aus? Alles frei. Anfeuerwehr-Schloss. Überrasch. Na komm, hol den mal weg. Der liegt da hinter der Mauer, so gut wie tot. Oh, fuck. Hier kommt ein... Sniper-Schuss rein. Ich glaube, irgendwo hier so von unten... von diesem Bistro, oder was das da ist. Oder liegt der da? Ist das... Oh, hier ist was. Oh, oh, oh. Okay, den haben sie schon. Liegt der da jetzt? Der ist hier hinter dem... Na gut, nee, nee, nee. Da gehen wir nicht hin. Das ist zu riskant. Ah, fuck, fuck, fuck. Frau Unterstützung. Oh, leg dich hin, Junge. Junge! Hoffentlich nicht gegen Baum. Nee, vorbei. Baum hier mal Munition. Shoah! Oh, fuck! Danke über dem Wauen! Oh, fuck! Wir müssen erst mal weg. Oh, fuck! Scheiße, wir haben keine Munition. Ach so! Jetzt grad nicht in unserer Hauptwaffe... Okay, der ist tot. Macht das Ding aus. Okay. Gut, gut, gut. Wir müssen erstmal nachladen. Jetzt müssen wir uns für irgendein Ziel entscheiden Okay, B ist aus Wir müssen uns A unterstützen Und weg, 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 weg Scheiße Nachladen Okay, jetzt können wir uns alle schön auf B konzentrieren So, wir kontrollieren mal, ob jetzt welche von hier kommen Weil das wird dann meistens vernachlässigt, wenn die eine Bombe weg ist Ist auf einmal gar keine mehr von unseren Leuten Ja, ich habe schon die ganzen Leute links von mir gesehen Aber ich wollte erstmal kontrollieren, ob rechts noch was ist What? Oh, jetzt habe ich aber veraimt Gibt es erstmal eine Granate Und dann gucken wir mal, ob wir was sehen Oh, da waren zwei Nice, ah ne, mit der Granate habe ich noch eine erwischt Ich sehe niemanden Kommt, defused Ich gebe dir Feuerschutz Dieser Verrechter nicht, Alter Wie viele Hitmark ich jetzt schon bekomme Überkrass Oh, nice, defused Da liegt noch einer hin Ja, genau der da Der, 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 der Ist er tot? Der ist tot, der ist tot So, jetzt suchen wir uns erstmal kurz hier eine Position Verteilen ein bisschen Munition Oh, 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 oh Ich snipe schießt noch rein Okay Da konnte ich jetzt gerade nichts machen Der scheiß Sniper hat mich so stark unterdrückt Ich hoffe mal, ich werde wiedergeholt Weil eigentlich stehen wir gerade ganz gut Hallo Leute Juhu Ne, hatte keiner Bock drauf So, wo ist er? Ja, ja doch, der steht relativ gut Das hier übrigens Abonnent hier Der hier dabei ist Ich grüße dich hier mit Willkommen im Video Und der ist weg Ich habe echt Angst, dass sie hier oben aus dem Park kommen Und dann einfach uns in die Flanke fallen Weil dann kriegst du einfach nur auf den Sack Das nervt Habe ich ja gesagt Scheiß, ah gut Ich habe echt Verzögerung, oder? Also Schreibt das mal in die Kommentare Ich würde nämlich sagen Ich habe hier gerade Verzögerung Ich habe hier gerade einen gewissen Leck dabei noch Was die ganze Sache nicht leichter macht Wobei die Gegner recht schlecht sind Wie man merkt vielleicht, dass Ich dir teilweise in Gruppen fick Okay, da wurde mir weggeschnappt Oh, 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 oh Direkt vor mir Irgendwo direkt vor mir Scheiße Ist er noch da? Ne What? Wir sind hier durchgekommen Ah, komm, da renne ich jetzt nicht hin Das machen die schon ohne mich, oder? Oh, hinter mir ist einer Und dann Der ist tot, der ist tot, der ist tot, ja Komm, mach das Ding aus Okay, sind schon dabei Sind schon dabei, sind schon dabei Granate für dich Energie Ah Okay Der ist wahrscheinlich gerade in dem Moment Über den Weg oben lang gelaufen Aber ich kann mir nicht vorstellen Wie der so easy da lang kommt Unser Team steht gut Wir pressen die schön nach hinten Und Trotzdem kommt er ganz easy Einer über diesen Park Weg da lang Weg da lang Aber na gut Ich will jetzt mal hier nicht urteilen Wir müssen mal ein bisschen rein Reinhauen, dass wir Okay, defused wird Komm, komm, komm Wir machen das direkt in der ersten Base Wir werden das nicht verlieren hier Das läuft gerade relativ gut eigentlich Würde ich fast sagen So Oh, oh, oh Von hinten Die haben einen Swarmbiegen gesetzt Habe ich das Gefühl Oder? Da kam doch gerade Feuer Hier unten von der Küste Oder haben die den schon? Ich gehe mal kurz schauen Weil sowas hasse ich über alles Wenn die auf einmal von da kommen Einfach nur weil da hinten Meistens hier Oh, da Da haben wir doch was Nein Ach komm Jetzt lasse ich mich Von so einem Spaß Die wegficken Mit der Sniper Ach, verdammt Gut 85er Bonus Das war wahrscheinlich Eine Kugel Eine Kugel Die gefehlt hat Komm, holt mich doch mal zurück Haben wir so wenig Sturmsoldaten Dann wechsle ich jetzt Auf Sturmsoldat Dann machen wir jetzt M16 Ne, hier M416 Da habe ich Bock drauf Aber da werde ich mal Von hinten starten Ganz normal Aus der Verteidigung Und gehe da mal gucken Weil der ist auf jeden Fall Einspornbeacon Weil der kam Ein Sniper Und Ja Da muss einer sein Außer der blaue Der hier direkt vor mir ist Hat das Ding schon zerstört Ne, ne Da ist immer noch Feindkontakt hier Den haben wir Da war aber noch einer Hab ich gesehen Aber ich habe hier kaum Deckung Ich kann jetzt hier nicht Mitten übers freie Feld Auf die Zurennen Dann rennen wir hier Zu den Felsen Alter Leck mir einen Sack Aber der Hier unten rechts Auf der Karte Äh, unten links Ja, leck mich doch, Mann Der dreht sich nicht einmal um Was soll ich denn machen Wenn hier keiner Irgendwie Plan hat Ey, das geht mir übel Auf den Sack gerade Ohne Mist, Leute Ich stehe hier schön weit oben Und Kriege hier gerade Einfach nur Deaths rein Weil die anderen es nicht raffen Und dass die mal hier Mithelfen sollen Komm, wir haben es gleich gepackt Wir müssen die jetzt hier Irgendwie wegholen Jetzt bin ich gerade Relativ nah dran Ja, und jetzt wird er mir Nur weggeklaut Weißt du Ich bin der, der es hier checkt Jetzt klauen die mir Noch die Kids weg Alter Sind die alle irgendwie dumm Oder so Was soll das denn hier Was ist denn das, Mann Verrackt doch mal Ja, Alter Leck mich doch Jetzt haben wir auch noch Die Base verloren Weil jetzt auf einmal Alle hier waren Oder was Boah, ist das eine Kotze Ja, verpiss dich, Mann Holt den doch mal weg Ich bin hier nicht der Einzige Mit Sturmgewehr Boah Alter, kurze Ausrasten Wir verpissen uns jetzt In die U-Bahn Ey, hab ich jetzt Locker zwei Oder vielleicht sogar Drei Kills Äh Deaths meine ich Kassiert Weil die anderen Nicht irgendwie mal Auf die Karte achten Da ist gerade Mitten in einem Park ein Und schießt mir in den Rücken Wieso ist denn das Wir haben ein One-Hit Über die Alter Das ist gerade eine Richtig üble Nummer Ohne Mist Bin gerade so ein bisschen Auf 180 Weil die Typen Ja auf den Sack gehen Wir wechseln wieder Auf Versorger Weil wir da Claymonds brauchen Um so die ganze Sache Ein bisschen zuzumachen Aber wir wechseln Oh fuck Ähm Auf Nehmen wir einen MP7 P90 MP5 Jetzt sagen wir Vertrauen erstmal schön Der P90 Wo ist der? Okay, okay, okay Los geht's Ey, ohne Mist Das ist doch einfach Nur überkrass Okay, da scheint schon Feindkontakt zu sein Wir hauen erstmal kurz Ne gut Da liegt unser Kollege Da brauchen wir eigentlich Jetzt erstmal Nichts machen Okay, da ist er Der macht das schon Würde ich sagen Na gut Na gut, mit der Knarre Brauch ich mich da nicht Einmischen Spottet doch mal So ein bisschen Die Leute hier Ach komm Holt nicht hier wieder Keiner wieder Oder was? Doch Weil ich bin ja echt noch Eigentlich in unserer Zone Nenn ich's mal Hier Direkt da oben Wie stelle ich mich denn jetzt Gerade auf einmal an? Verdammte Kacke Was ist hier los? P90 hat mich jetzt Gerade nicht überzeugt PDW PDW ist gut Bin gerade ein bisschen genervt Habe jetzt wahrscheinlich Vier Debs erstmal kassiert Hintereinander weg Ohne selbst irgendwas Geschissen zu bekommen Und wir rennen mal hier Drinnen hervor So Ganz rechts ist jetzt Auf einmal gar keiner mehr Okay da sitzt einer Da haben wir hier Warm In den Geschenken Da haben wir mal wieder einen Wuhu Und noch einen Okay außen ist einer Aber das brauchen wir jetzt erstmal Noch nicht Alter block mich nicht Du Spasti Da habt ihr was für euer Für eure Party Ah Ein Kill Nice Ich sehr kenne Ich könnte mir eigentlich Mal selber hier so ein bisschen Und dann kriegt er noch das hier Komm eine Granate genau Und wieder rein da Zack Komm schon Zeig dich Oh Claymore Hat geklappt Da ist einer links Da kommt einer Da kommt einer Angerannt Da gibt es erstmal eine Granate rein Oh da kommt sie Da ist hier gerade so ein bisschen Einfach nur abwarten So wir haben wieder eine Granate Da gibt es erstmal Da wieder eine rein Surprise Motherfucker So und rein damit Ist zwar jetzt ein bisschen Arg wenig Action Im Vergleich zum ersten Part Hier in der Metro Aber Was will man machen Man will ja schon Gewinnen Und da wirft man sich ja nicht Einfach so einen Tod So und da werfen wir eine Granate rein Oh was gehittet Und da gibt es eine Granate rein Ey blend mich nicht mit einem hässlichen Rotkumpschei Oh da ist er tot Da kommt gerade keiner Und wir haben eine Granate Und renn damit Wir haben echt extrem viele Versorgung Kann das sein Und eine Granate Zack Surprise Keine tot Enttäuschend Und Granate Die da erstmal ein bisschen beschäftigen Oh hier kam er noch Ne Oh doch Und Granate für euch wieder Oh meine Klemme ausgerucht Und da haben wir wieder eine Granate Zack hier Ich bin der Weihnachtsmann Surprise Da ist keiner Ah da ist irgendwas durch oder Weil da hinten ist gerade irgendeine Verreckt Wieso habe ich keine Granate Doch jetzt Surprise Und noch eine Komm hier Hier passiert gar nichts mehr 28-6 Ja das geht schon klar Ey aber das Magt immer noch so ein bisschen an mir Dass ich gerade echt hier diese 3-4 Kills an der Scheiße da gekriegt habe Einmal weil ich Scheiße geämmt habe Oh fuck Erstmal da hin rein Da war einer Da war ein Gegner Da war ein echter Gegner So Da facken wir eine Granate rein Und solange die Granate da ist Gucken wir mal hier Oh fuck Watt watt Da hinten sind ja üppis viele Aber wir machen jetzt mal hier einen Vorstoß Keine nicht die ganze Zeit zu gehen Was? Achso, die haben es später gekillt. Oh, fuck. Hat mich gerade ein bisschen verrückt. Nachladen. Und zack, hier. Da kommt gleich einer hier aus der Ecke raus. Oh, oh, oh. Oh, Gott sei Dank war der so gut wie tot. Ich habe ja reagiert wie so ein Wiesel. Ein Todeswiesel. So, ist da noch einer? Wir rennen mal zu unseren Leuten zurück. Naja. So, für euch habe ich eine Granate. Wo ist der? Achso. Ja, rennen weg wie so ein angestochenes Schwein. Chillt mal alle Leute hier. Wir haben da so eine Kontrolle. Nicht, dass wir das wieder bei neun Tickets oder so verlieren. Bam, hat eine Granate. Da, Seite. Und bitte eine Granate. Vielleicht sollte ich das mal aus einem spitzeren Winkel direkt reinwerfen. Also, zack. Oh, fack, fack, fack. Ey, Hörpann! Bist du irgendwie gestört? Ja, fast verreckt wegen dem... Was ist denn das von Mongole? Kommt da noch einer hinter dir? Da kommt noch einer hinter dir. Oh, 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 oh. Das war aber ein Sniper-Schuss. Den ich da abbekommen habe. So, hier kriegt man da eine Granate rein. Und dann gucken wir mal. Da ist keiner. Da ist... Oh, doch, da ist... Da war einer. Ah, fack. Zu viel Action. Zu viel Action. So, oh, fack. Da ist einer. Oh, oh, oh. Immer schön busy da drinnen halten im Gang. Immer schön beschäftigt. Oh, oh. Hier hinter uns, hinter uns, hinter uns. Genau. What? Der hat aber überhaupt noch mal viel ausgehalten. Und die scheiß Klima ist nicht hochgegangen bei dem... Alter. Ja. Schenke ich dir den Kill. Spassi. Oh. Surprise. Okay. Jetzt kommen sie auf einmal durch hier. Leute, pushen. Druck machen. Wir haben die gerade so schön unter Kontrolle. Was ist los mit euch? Okay. Aber bisher läuft noch alles nach mir an. So, hier. Ihr kriegt alle mal Munition. Obwohl ihr selber alle Versorger seid. Oh, fack. Da war einer im Zug, oder? Ich glaube, den Gang haben sie aufgegeben da oben. Da kommt erstmal keiner mehr. Oh, fack. Ja, du kannst mir danken, dass ich dich gerettet habe. Aber das hast du wahrscheinlich nicht mal gecheckt. So, mit was vom Score sind wir rausgegangen? 42,6. Ich würde sagen, damit sind wir zufrieden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, hier. Was geht ab, Leute? Hier, Battlefield 3 am Start. Also, schönen Tag noch. Bye, bye.